so meine damen und herren da sind wir wieder mit oktopass traveler und was wäre ein atmos let's play ohne probleme darum gibt es auch heute wieder probleme und zwar ich habe mir gedacht dass wir zusammen kapitel 2 von primrose primrose machen und von syrian weil ich als syrian doch leveln wollte und gucken ob dann die chance zu stehlen sich erhöht habe ich dann auch gemacht ich würde gern sagen wir aber das problem ist meine festplatte war voll und das heißt ich habe knapp 97 minuten umsonst aufgenommen denn die festplatte war voll und die aufnahme ist jetzt unbrauchbar habe ich natürlich dann zu spät gemerkt jetzt seht ihr leider nicht kapitel 2 von syrian und von primrose ich muss aber auch sagen die waren eher langweilig zum glück aber dennoch es tut mir leid falls ihr die sehen wolltet ich habe leider abgespeichert und jetzt ist die festplatte wieder leer ich hatte mega viele twitch aufnahmen noch von den live streams live streams die ich eigentlich auch hier hochladen wollte aber dann doch nicht gemacht habe und ich habe die total vergessen ich habe voll vercheckt dass ein terabyte auch ziemlich begrenzt ist ja so viel dazu aber jetzt ist die festplatte wieder frei dürfte keine probleme geben hoffe ich jetzt einfach mal und deswegen gehen wir jetzt zusammen kapitel 3 von ophelia an ophelia 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 41 und für was für eine stufe war das nochmal 38 okay so gut nochmal verzeihung tut mir wirklich leid ich habe mich auch gestern echt geärgert muss ich sagen ich habe mich wirklich geärgert ich hatte danach auch keine lust mehr aufzunehmen ich war so angepisst weil es halt auch meine dämlichkeit war ich habe halt echt nicht darauf geachtet naja gut jetzt geht es weiter geschichte lauschen kapitel 3 was bisher geschah der heilige empfarrungs retos wird alle 20 jahre durchgeführt die erste stadt kaffee luft im brustkorb und bauch auch wie professionell es tut mir so leid der heilige empfarrungs retos wird alle 20 jahre durchgeführt die erste station ihrer wallfahrt die stadt heiligenbrück und dort traf sie nach der erfüllung ihrer pflicht auf drei jungen nun erinnert sie sich an sie und an andere die ihr begegneten jedes mal wenn sie haupt wenn sie das haupt beugt und zur heiligen flamme betet aha die glut soll das herz des flammenträgers widerspiegeln der sie trägt das feuer das ihr uns gebracht habt schwester ophelia wirkt warm und sanft ich bin sicher dass eure güte auch die kinder getröstet hat die ihr traf bischof batolos worte in heiligenbrück haben sich in ophelias herz eingegraben und sie trägt sie in sich als sie es in gold star als sie in gold stade ankommt der nächsten station ihrer reise so hier ist gold schorn hier und der plane wants for kindling after that i can return at last two flames grace and cast my amber into the great flame then my long journey will come to an end hmm that man looks familiar oh yeah master matthias of the leoniel consortium what brings you to this place good sir ah sister ophelia it has been far too long since i saw your lovely face pray forgive me for ending our first meeting so abruptly there is nothing to forgive sister i heard of the archbishop's affliction terrible news that i hear that you are performing the kindling in sister liana's stead your journey has not been an easy one i'm sure it is the path i have chosen and the provisions your consortium generously prepared for my sister have served me well on the road i thank you for all your kindness sir our realm owes you a great debt think nothing of it sister we too are honored to serve you have a gentle heart the people are fortunate to have your guidance disease poverty war natural calamities there is no shortage of suffering in this world and yet i hear that recently there are those who turned their backs on the church shunning the light of the sacred flame that is most saddening to hear sir oh but forgive me i did not mean to trouble you when you have more important matters at hand do forget what i said and focus yourself on the kindling i too will offer a prayer for your success you have my thanks master matias and now i fear i have some business i must attend to i will be in town for a while longer mayhap our paths will cross again hmmm hmmm haben wir uns hier schon alles angeguckt ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern um ehrlich zu sein hmmm dieser empfagungsritus scheint für die kirche sehr wichtig zu sein werdet ihr da nicht nervös oh sogar sehr glaubt mir ich stelle mir immer das schlimmste vor dass ich meinen text vergesse oder über meine eigenen füße stolpere ich weiß genau wie ihr euch fühlt ich habe immer angst wenn ich neue ware bekomme aber niemand kauft etwas andererseits ist es aber auch spannend das macht diesen beruf so aufregend richtig die herausforderung gibt dem leben ersten sinn und auch wenn ich nervös bin weiß ich wie wichtig der empfagungsritus ist und dass ich alles richtig machen muss das ist die richtige einstellung und nicht mehr lang und es ist vorbei also schüttelt eure nervosität ab und lasst uns weitergehen ophelia ja gehen wir dresser stimmt hier war ähm doch haben wir zusammen schon gemacht stimmt hier war der 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 sach schnell die verbotene klinge oder sowas ne verbotener bohung genau und ich habe gesehen ich hatte den detektiv ach den detektiv das gegenteil den dieb hatte ich hier einmal man konnte sie nicht stehlen entweder war das level also man es war hier ein x zeichen wo stehlen ist also ich konnte stehlen nicht an nein man kann die führen die ist aber ganz schön stark nice jetzt haben wir eine alte oma mit uns dabei das finde ich ja geil schade ich wollte jetzt mal gucken aber es geht nicht oder schade wenn ich jetzt im team da hätte ich einfach ihr bogen genommen den verbotenen bohungs schade ich wusste halt nicht ob vielleicht kann man den echt nur kaufen was ziemlich schade wäre oder das level von dem war zu schwachen zum glück habe ich gerade erst kaffee getrunken und bin überhaupt nicht müde dann wollen wir mal ich bin die flammträgerin schwester ophelia habe ich die ehre mit seiner exzellenz zu sprechen schwester ophelia ach den götter sei dank wir haben eure ankunft bereits sehnsüchtig erwartet ist denn irgendwas nicht in ordnung eure exzellenz ihr seht blass aus tue ich das ach vergeht mir schwester nichts worüber ihr euch sorgen machen müsstet ach welch furchtbare begrüßung habe ich mir da erlaubt ich bin donovan bischof von gold stade oder gold stade wir danken euch dafür dass ihr den weiten weg hierher auf euch genommen habt zweifellos war eure reise eine herausforderung ja unterwegs haben mir viele menschen geholfen ohne ihre güte hätte ich es sicher nicht geschafft ich habe die flamme mitgebrachte möge sie den bewohnern von gold stade doch gold stade ewig leuchten eure exzellenz ah verzeiht mir schwester ich war für einen moment in gedanken versunken ich fürchte ich habe die notwendigen vorbereitungen für den empfachungsritus noch nicht abgeschlossen oh ich verstehe das würde ich doch meinen eure exzellenz kann ich euch irgendwie behilflich sein nein ich meine macht euch nur keine umstände schwester ich bin sicher ihr habt ohnehin schon viel zu tun warum ruht ihr euch nicht in der zwischenzeit warum ruht ihr euch in der zwischenzeit nicht etwas aus ich werde mich um alles kümmern bum 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 seine exzellenz wirkte irgendwie verstört was könnte wohl der grund gewesen sein hmm dieser junge sieht echt hässlich aus warum sieht sie andauernd kinder warum immer kinder hinterher äh ich frage mich wo dieses kind nur sein könnte okay bereitet euch etwas sorge ach professor nun die wahrheit ist ich verstehe also hat euch vorher ein junge beobachtet ja aber als ich ihn entdeckte ist er einfach wieder einfach davon gelaufen er schien in schwierigkeiten zu sein ich könnte ihm sicher helfen wenn ich ihn doch nur finden könnte ihr seid eine wahrhaft gütige seele es würde mir wohl anstehen euch bei dieser aufgabe zu unterstützen habt dank hilfsbereitschaft inspiriert andere menschen ebenfalls helfen zu wollen da bilde ich keine ausnahme nun wegen diesen ausreißers ich glaube nicht dass er weit gekommen ist er wäre es wäre also das beste die nähere umgebung gründlich abzusuchen statt uns zu verzetteln eile mit weile wie man so schön sagt ah ihr habt immer einen guten ratschlag und so professor blöder junge wo bist du komm her sonst gibt es gleich was auf die bollen kleiner dreckiger lurch hier bist du also ich hab dich vorhin in der kirche gesehen was wollt ihr ich weiß gar nichts beruhige dich ich habe nicht gesagt dass du etwas getan hättest ich bin schwester ophelia und wie heißt du ich heiße daniel was für ein schöner name freut mich dich kennenzulernen daniel freut mich auch warst du mit einem bestimmten anliegen beim bischof was äh ja ich schätze schon er schien sehr in gedanken zu sein er schien über irgendwas besorgt zu sein oder sogar verängstigt ich habe nichts daniel wenn du etwas weißt sagst du es mir doch oder wenn es irgendetwas gibt wobei ich helfen kann dann werde ich das auch tun jetzt sag es ich habe dem bischof einen brief gebracht einen brief jemand hatte mich gebeten ihn zu überbringen ein fremder der bischof wurde allerdings ganz blass als er den brief las so habe ich den bischof noch nie zuvor erlebt ich wette du weißt nicht was in dem brief stand kannst du dich an die person erinnern die dir den brief gegeben hatte tja den habe ich noch nie zuvor in der stadt gesehen ein neuling in der stadt ich verstehe danke daniel ich glaube ich sollte nochmal mit dem bischof reden schnell zum bischof immer diese scheiß plan warum bist du immer noch grün ne das will ich jetzt nicht ich habe hier eine starke alte oma an meiner seite muss ich sie jetzt echt führen ich wette ich muss den kleinen jungen fühlen aber ich sehe es nicht ein ich sehe es nicht ein äh eure exzellenz ich hatte gehofft ich könnte doch euch eine frage zu dem brief stellen den ihr vorhin erhalten habt briefe ich weiß von keinem briefe nicht es tut mir leid schwer ich habe es mir schon gedacht fuck nein ich will nicht oh nein ich habe doch hier eine starke oma an meiner seite blöde kacke fluch fluch kleiner bengel führen komm mit mir toll der kann gar nichts ähm schwester ophelia ja ja daniel habe ich habe ich etwas schlimmes getan ich meine habe ich dem bischof etwas getan natürlich nicht aber wenn du dir Sorgen um ihn machst warum gehen wir nicht gemeinsam hin und sprechen mit seiner exzellenz das würdet ihr für mich tun vielen dank schwester ophelia mhm mhm ihr seid alles arschgeigen besonders du sie hatte auch irgendwas cooles oder ach die hatte ich gekauft ok ich nehme alles oder was du es egal ophelia 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 daniel möchte euch gerne etwas sagen eure exzellenz ähm und was wäre das ist das alles meine schuld liegt es an diesem brief ähm gar nichts wirklich ähm aber 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 ihr benehmt euch so seltsam seit ihr äh seit ich ihn euch überreicht habe nein mein sohn du musst dir gar nichts anlassen alles ist alles ist meine eigene schuld jetzt rück raus wenn ich euch irgendetwas sorge äh wenn euch irgendwas sorgebereitet bischof dann teilt es uns bitte mit ich weiß ich bin noch eine fremde für euch aber ich wäre glücklich euch irgendwie helfen zu können aber bitte trage diese last nicht ganz alleine sister ophelia shall we bitte sagt was stand in diesem brief geschrieben oh wahrscheinlich dass sie mich töten sollen es hat wohl keinen zweck die wahrheit noch länger zu verbergen eure exzellenz ich mag die musik die man hier einsetzt das ist sehr mysterisch wir haben eure tochter wenn ihr sie jemals wiedersehen wollt dann nehmt die glute der flammenträgerin und bringt sie in die grotte am meer sollte ihr irgendjemand in der sache ein solltet ihr irgendjemand in diese sache einweilen dürftet ihr das leben eurer tochter als verwirkt ansehen eine entführung ach so jetzt ist wieder so synchronisiert i must be honest with you sister ophelia until a short time ago i was agonizing over whether or not i should do as the letter says my lisa has seen but seven summers when i pictured her together with such evil men crying out for me i i but to give in would be to betray everything i stand for as a man of the church the flame protects all our people your excellency i must trust that the gods have their plans for us all even if it means my daughter my dear lisa will never again is the bishop going to be all right yes he is resting peacefully now he must have been under a great deal of strain the father's love for his daughter is a thing beyond measure to manipulate that for evil is a sin the gods will not overlook i will go to this cave by the sea and bring lisa back safe and sound but but you could be killed maybe but i won't stand by and do nothing either don't worry i can take care of myself we segnen sie jetzt alle okay but please come back safe wir segnen sie auf meiner weise auf geht's zum meer zur höhle wo auch immer haben wir volle leben muss ich noch mal ins gasthaus sind wir bereit für die schlacht wir können auf jeden fall nicht mehr so einfach durchpreschen weil es ist schon nah an unserem level nicht viel aber schon näher als sonst ich speicher mal ab die schlacht was jetzt die dd dd d d d d d d e d 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 o d d d d h come mal er schon wieder Ich dachte, er rede wieder. Ah, Schwester Ophelia, erneut kreuzen sich unsere Wege. Ich darf annehmen, der Empfachungsritus ist gut verlaufen. Ich fürchte, es ist etwas dazwischen gekommen. Tatsächlich, es tut mir leid, das zu hören. Es muss sich um ein ziemliches Dilemma handeln, wenn es euch von euren Pflichten abhält. Obwohl mich das in diesen Schlimmzeiten nicht wirklich überrascht. In allen Ländern, in die mich meine Arbeit führt, stoße ich auf solche Probleme. Tatsächlich? Wie ich zuvor schon sagte, Schwester, Krankheit, Armut, Krieg. Anscheinend muss für jeden Glücklichen auf der Welt ein anderes unbeschreibliches Leid erfahren. Ihr wisst, was ich meine. Merkwürdig, oder nicht? Wir alle vertrauen in unseren Glauben auf der Heiligen Flamme. Doch warum wärmt sie die... Warum wärmt sie die einen und lässt die anderen im Stich? Manchmal frage sogar ich mich, existieren die Götter wohl wirklich? Master Matthias? May die Heilige Flamme guide usw. Ich dachte, sie redet jetzt wieder. Ich glaube, dass die Führung der Heiligen Flamme genau das deshalb nötig ist, weil wir in einer so Raumwelt leben. Schwester Ophelia, ihr seid immer so freundlich zu jedem und jeder Zeit. Wie schafft ihr es, an diesem unerschönlichen Glauben festzuhalten? Wie, darüber habe ich noch nicht viel nachgedacht, aber... Ich nehme an, ich glaube, weil ich glauben will. Manche Menschen könnten diese unschuldige Einstellung zu ihren Vorteilen nutzen. Bereitet euch das keine Sorge? Es ist mir klar, dass so etwas passieren kann, aber trotzdem... Möchte ich an andere, andere lieber glauben, als an ihnen zu zweifeln. Oh... Ich sehe... Wie unglaublich, interessant. Oder wie unglaublich, interessant. Irgendwie mag ich da ein Komma lieber nach, unglaublich. Ich halte eure Weltanschauung für ausgesprochen Fesseln, Schwester Ophelia. Bestimmt habt ihr heute Wichtigeres zu tun. Hoffentlich können wir auf dieses Thema irgendwann noch einmal zurückkommen. Es wäre mir ein Vergnügen, mein Herr. Jetzt muss ich aber los. Oh, in die Richtung geht es also. Ich hätte ja gedacht, dass wir rechts lang müssen. Auf, Straße zur Grotte am Meer. Straße zur Grotte am Meer. Straße zur Grotte am Meer. Oh, Entschuldigung. Das hat sich irgendwie so... Von der Hand gerappt. Von der Hand gelesen. Musikalisch. So, müssen wir jetzt hoch oder runter? Ich hoffe nicht, dass wir runter müssen. Oh mein Gott. Seeigel. Ich hasse Seeigel. Ich hasse wirklich, Seeigel wie die Pest. Er zieht so viel ab. Er zieht echt viel ab. Aber, was mich wundert, wir haben das echt überlebt. Das finde ich krass. Für dich. Havachu. Ich werde dich durchreißen. Was ist der logische Knoll? Das ist die richtige Lehre, die nichts verbreitet wird. Er ist so stark. Das endet deine Lehre. Und nur... Okay, es waren auch nur zwei Monster. Dafür gibt es circa 240 EP. Interessant. Ich überlege echt erst hoch zu gehen. Was haben wir... An den Bund-Teil-Traum. Ich habe irgendwie ein buntes Halstuch gelesen. Ne, wir müssen da glaube ich lang. Dann gehe ich erst hoch. Dann gehe ich erst hoch. Ah. Eis-Amulett. Okay. Wird unser nächster Gegner Eis-Attacken einsetzen. Das linke Ding sieht so ein bisschen aus wie ein Hollow vom Leech. Aber auch nur ein bisschen. Ich erkenne auch nicht, was es sein soll, um ehrlich zu sein. Sieht sehr geisterhaft aus, um ehrlich zu sein. Ah, sehr geisterhaft. So, so. Okay. Zack. Und Eis-Attacken. Okay. So, breche ich. Ich glaube, ich breche erst das Viech hier. What to do? Die Krabbe ist ja schon fast tot. Er haut auch so viel Schaden rein. Das ist echt krass. Nur so wenig EP. Irgendwie ist das enttäuschend. Ich habe jetzt schon Angst, dass wir wieder eine lila Truhe sehen. Und das wären wir mit 100%. Das wird was. Ich glaube, das werde ich separat machen. Ich werde irgendwann in den Gebieten, wo wir waren, nicht in die Gebiete, die wir neu entdecken. Nochmal alle lilanen Truhen mit dem Dieb abklappern. Und wenn irgendwas cooles da drin sein sollte, halte ich euch heute auf dem Laufenden. Aber ich wollte dafür jetzt nicht nur mal extra eine neue Folge machen. Das ist die Hülle, die in dem Brief beschrieben wurde. Aber diese Glutze. Was könnte ein anderer nur damit vorhaben? Er will die Welt brennen sehen. Da das Feuer anscheinend nicht erlischt, kann man damit sehr viel anzünden. Oder vielleicht braucht er einfach nur einen warmen Lagerplatz. Das kann auch sein. Keine Heizkosten. Finde ich gut. Da ist die lila eine Truhe. Verdammte Axt. Oh, ganz schön groß hier. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hin bin. Die sehen nice aus. Hier ich geh. Ha. Aua. Feuerseelenstein. Ich dachte, die können doch nicht mal die Magie. Die müssen auf Steine zurückgreifen. Greifen, wie schlecht sind die denn bitte? Mal gucken, ob das hier hilft. Nice. Hab ich mir irgendwie gedacht, die sahen so böse aus. Die mussten geläutert werden. Genau. Das hat bei dem einfach schon 1000 abgezogen ohne einen Boost. Das ist schon krass. Aua. Gläubiger? Gläubiger? Now, what next? Das ist... Not bad. Not bad. Ging auch nur 270 EP. 290. Aber dafür auch einfach. Ja, das finde ich ja teilweise sogar besser. Wenn die schnell gehen und es gibt 270 EP, finde ich das okay, unerlich zu sein. Geht's bestimmt zu der lilanen Truhe, oder? Oder zu gar nix. Ha? Das ist ja gar nix. Hallo? Jetzt wurde ich ja irgendwie genutzt. Open for business. Open for business. Here I go. Okay. I'll not be defeated. What is the logical course of action? I will cut you down. Boom. Die halten ja gar nix aus. Die haben gar keine Verteidigung, die schwachen waren. Und die halten sich für Gläubiger. Wären sie wahren Glaubens, dann hätten sie meine Attacke stank gehalten. Okay, hier ist nix. Das ist jetzt... Entweder komme ich da nicht rein und ich sehe den Weg nicht. Oder ich wurde hier einfach echt genutzt. Das sieht anders aus. Wow, ne Rüstung von 4. Oh. Schwäche Eis. I'll do my best. Auch wieder die Luminen. Lumi. Lumin. Lumin. Essenze. Oh nice. What to do? What to do? Ich dachte, der hätte ein Messer. Komm, vielleicht ist er hier geworden. Natürlich, jeder. Was will... Was will... How about you? I will cut you down. Mwahaha. Ja, ja. Oh. Ein interessanter Dilemma. Ne, dafür verschwende ich jetzt keine Ahnung. Keine Ahnung. Ne, dafür nicht. Ne, sehe ich nicht an. Das. Oh. What? So viel EP? What? Okay, hier kann man geil leveln. Aber wenn die Gruppe öfters kommen würde, das ist nice. Das finde ich echt nice. Dafür gab es nicht so viel EP. What the fuck? Eine anregelnde Plaume. Das klingt immer so verkehrt. Mit Silber gefüllter Beute. Ich gehe da noch nicht hin, weil es kann halt sein, dass... Oh, das... Das... Eeeh... Ja, das ist jetzt eine eklige Monstergruppe. Well then. Well then. Well then. Listen to me, boy. Oh, Cyrus hat noch 37 FP. Hmm... Schade, hätte er klappen können. What to do. No, what to do. Ähm... Ich glaube nicht, dass er stark genug ist, aber ich probiere es einfach mal aus. Mit Max einfach voll draufhauen. Wow. Wow. Kleiner Assi. Oh. 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 Ich setze mal Blitz ein, weil ich einfach hoffe, dass die Spinne dagegen gleich schwach ist. Weil das Feuerelement ist Eva's Brot. Tatsache. Lucky. Lucky. Geil. Wie? Wir haben keinen gebrochen, ne? Ärgerlich. Okay, die Monstergruppe war jetzt wieder ekelig. Oh, der Wasserfall, der ist so laut. Hör auf, meine Ohren! Ich blute aus den Augen und Ohren gleich. Oh, ich glaube, wir sind jetzt vielleicht da, oder? Oh, oh. Will ich noch ein bisschen trainieren? Nein, komm. Scheiß drauf. Wenn wir es nicht schaffen, dann trainieren wir hier. Aber ich bin guter Dinge, dass wir schaffen. Also ist er nicht mit der Glut aufgetaucht. Letzten Endes ist er auch nur einer dieser gläubigen Trottel. Vermutlich winselt und betet er gerade auf Knien seiner Götter an. Ha. Er kann beten, so viel er will. Dadurch wird kein Wunder geschehen. Der Einzige, der Wunder vollbringen kann, ist der Heiland. Heiländer. Füllt für thought. Das, gut, Heiländer ist der Hochländer, aber es hat gepasst. Das wird ihm eine Lehre sein. Sollen wir das Mädchen jetzt erledigen? What? Massakriert. Ich meine, hört auf. Es würde aber mehr Spaß machen, Vater und Tochter gemeinsam zu erledigen. Man kann wohl nicht alles haben. Oh, klatscht. Oh, das ist so, zack, zack. Das sah cool aus. Entschuldigung, es ist nicht lustig. Hast du das gehört, Mädchen? Wenn du jemanden hassen willst, dann hasse deinen Vater, weil er dich alleine gelassen hat. Klatsch. Okay, das war zu geil. Hm, wer zur Hölle bist du denn? Ich bin Ophelia, die, die, die die heilige Flamme trägt. What? Dieses unverschämte Weib, sie ist die Flammenträgerin. Sie haben uns die Flamme mit einem Sahnehäubchen geschickt. Unvergibbar. Ein armes Kind so in Angst und Schrecken zu versetzen, nur um sich zu bereichern. Findet sich kein Funken Menschlichkeit in euren Herzen? Du solltest wissen, dass... Schon gut, hör zu, Frau. Gib uns einfach die Glut, dann sind wir hier fertig. Das wird nicht geschehen. Ach ja? Und ich werde Lysia nach Hause bringen. Lysia. Also das wird bestimmt nicht geschehen. Ah, nun gut. Ich schätze, wir müssen es auf die harte Tour erledigen. Ich werde dich hier und jetzt stoppen. Oh mein Gott, Feuer- und Eismagier. Ich versorge die Wunden. Wirst du nicht. Hier ich gehe. Mysteriöser Mann, zwielichte Gestalt. Du bist also der Heiler. Eigentlich müssen wir dich dann zuerst töten, aber... Die Behandlung ist wirklich Glück. Okay. Der andere ist bestimmt gegen Eischwach. Komm, das sieht auch so aus. Nicht! Jetzt wurde ich aber genutzt. Aber er wäre... Der Link ist auch gegen Eischwach. Das ist interessant. Okay. Der kann eine heilige Magie einsetzen. Let's do this. Mein Turnier jetzt. Kann ich auch. Aber nicht so stark wie er. Wie war es? Oh, dagegen ist er schwach. Sehr gut. Kann man das auch geklärt. What the fuck? Vor allem, woher nimmt er die Klinge? Wo? Du hast einen scheiß Stab in der Hand. Oh mein Gott. Ähm. Stimmt. Ach nee, geht ja gar nicht. Er ist ja geschützt gerade. Warum auch immer. Ähm. Ne, Ophelia ist zu spät dran. Ich werde tatsächlich mit ihm mal heilen. Auch wenn ich es ungerne mache. Ophelia ist als letztes gleich dran. Wait. How about you? Out of my way! Out of my way! Ohne Buffs immer noch. 2877 abgezogen. Ich würde gerne wissen, was ihre Schwächen da... Oh, oh, jetzt muss ich aufpassen. Blockiert. Fuck, ich kann nicht zweimal angreifen mit einem Schwert. Okay, Ophelia ist dran, das ist gut. Oh, nice. Olberic, du bist mein Held. Mehr heilen! Na komm. Mein Fokus ist unparalleled. Nothing will fight before. Nothing will fight before. Das war stark. Das war sehr stark. Guck mal, der mysteriöse Mann ist schon fast besiegt. Easy. How about you? Das hat nicht so viel abgezogen. Ich werde mein Bestes machen. Ja, schon wieder dran. Nochmal, hier. Frisst das. Das ist stark. Ja, könnt ihr mal sehen. So funktioniert das Game. Kleinen Gläubiger. Der ist ja immer noch gebrochen. Sehr schön. Ähm. Soll ich alles auf eine... Nee, komm. Wir setzen das ohne Boost ein, weil dann können wir gleich schneller den anderen noch brechen. Out of my way! Schade. What to do? Kann ich denn was klauen? 100%. Bin ich so risky, kann ich auch was stehlen? Auch 100%. 91%. 100%. Ja, komm, er ist eh was besiegt. Schwarzer Stab. Interessant. Hier, frisst das. Steht immer noch! Ach ja, er macht das zweimal. Stimmt ja. Hehehehe. Den würde ich jetzt auch noch gerne bestellen. Hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Oh, Albrecht. What to do, Dieb. 100%. Stimulierendes Armband. Okay, das ist ja... Frag mich, warum das geblockt ist. Er ist zweimal dran. What? Cheater! Was soll ich einfach mal... Vielleicht reicht das hier aus. Ich kriege dir auf dich! Hahaha! Tja, das ist die wahre Macht, Albrecht. Ich wende stärker. Oh ja, oh ja. Warte, habe ich die nicht gerade geklaut? Warum kriege ich die allhändende Objekte? Schwarzer Stabstübel? Habe ich die jetzt zweimal bekommen? Irritiert mich jetzt gerade. Verdammt nochmal. Wie konnte uns dieses mächtige Mädchen nur besiegen? Du bist sicher mit mir. Keine Sorge, Lysia. Jetzt wird alles gut. Ich hatte solche Angst. Jetzt sprecht. Was wolltet ihr mit der Glut? Blazers. Der Heiland. Er wollte sie haben. Was? Diesen Namen habt ihr jetzt zum zweiten Mal erwähnt. Wer ist dieser Heiland? Oder Heiland? Ach, du wirst noch früh genug von seiner wahren Macht zittern. Oh, ich glaube, der hat gerade was Leckeres getrunken. Gift? Heile ihn. Wer in aller Welt ist dieser Heiland? Ist das jetzt wirklich alles vorbei? Natürlich. Jetzt wird alles wieder gut. Lass den dann verliegen. Die Spinnen essen den schon auf. Ich bringe dich jetzt zurück zu deinem Vater. Der, der verwest da schon im Frieden. Bam, 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 bam. Und Tressa findet mal eben so 2280 Gil. Da gehen wir jetzt mal hier. Erstmal schön ausruhen. Haben wir uns verdient. Bam, bam. Was macht nochmal der verbotene Bogen? Das war nochmal der Nebeneffekt. Der hatte, glaube ich, einen Nebeneffekt, oder? Erhöht die Chance, auf Feinde zu treffen. Na, das war das. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich Ausweichmanöver drin habe? Negiert das dann? Also ist dann so, als wäre es normal? Weil das wäre für Tressa oder für Olberic schon ziemlich nice. Besonders für Olberic gerade. Sollen wir den einfach mal kaufen? Wir haben immerhin 294.000. Gold, Gil, Gold, was auch immer. Aber, ne, ich kaufe ihn nicht. Also ich werde ihn kaufen. Aber ich würde gerne nochmal... Ah, hinten ist die Truhe. Ich würde gerne Zirion leveln und gucken, ob wir dann stehlen können oder ob man die echt nur kaufen kann. Das würde ich gerne herausfinden. Schnauze. Oh, Lysa, mein treuer, äh, teurer Schatz. Siehst du, Lysa, ich habe dir doch versprochen, dass alles gut wird. Ich danke euch von ganzem Herzen, Schwester Ophelia. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Gib mir einfach all dein Geld. Das ist auch nicht nötig, eure Exzellenz. Mit dem Lächeln auf euren Gesicht bin ich mehr als entlohnt. Ophelia, also das ist selbst für dich echt widerwärtig. Nichts kann die Familie ersetzen. Schwester Ophelia. Ich werde mein Bestes machen. Ja, nun ist alles bereit. Ich werde euch den Altar zeigen. Oh, great Elfrick, bringer of the flame. To you, I offer my soul and my blood. With your first flame, I kindle this fire. May it forever shelter the people of this land. Through the sacrament of the kindling, grant us your mercy and your blessing. We've done it! Thank you very much. May the sacred flame shine upon you. Ich bete dafür, dass die heilige Flamme die Herzen der Einwohner von Goldstade auf immer wärmen wird. Die Flamme wurde durch die Glut entfacht, die ihr euch auf eurer Reise begleitet hat, Schwester. Ich glaube fest daran, dass sie uns mit derselben sanften Güte behüten wird, die ihr uns allen erwiesen habt. Nichts würde mich glücklicher machen, eure Exzellenz. Schwester Ophelia, wie ich hörte, sind Flammenträger auf ihren Reisen oft enormen Prüfungen ausgesetzt. Prüfungen, sagt ihr? Nun, wie soll ich sagen, die Gutherzigen tragen oft das Leid anderer auf ihren Schultern, als wäre es ihr eigenes. Ich möchte es auch gar nicht anders haben. Ich bin mehr als glücklich darüber, das Leid anderer mindern zu können, indem ich einen Teil davon auf mich nehme. Ophelia, wer ist das? Anna, wer ist Anna? Oder war das ihre Schwester? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist sie. Oh, schlechte Neuigkeiten, würde ich mal sagen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe eine Runde im Endeffekt genommen. Willst du mich da, damit wir sprechen können? Natürlich. Hier, habe ich das. Ah, Liana, genau. Ja, jetzt erzähl mir, was ist passiert? Jetzt rück raus damit. Der Vater ist noch nicht mehr mit uns. Das hatten wir schon. Oh, oh. Your Excellency. Er ist weg, Feely. Vater ist... Vater. Oh, Liana, geh da rein. Ich bin noch hier mit dir. Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Ich... W-W-W-What's... My... Body? Ich bin noch hier. Ich bin noch hier, Feely. Aber das ist für Vater's sake. Du bist immer so kind. Ich weiß, dass du das verstehst. Liana... Ich bin noch hier, Feely. Ich bin noch hier, Feely. Ich bin noch hier, Feely. Aber ich brauche diese Ember. Für Vater. Glut geben. Glut geben. Hast du mir die Ember gebracht? Kannst du wirklich meinen Vater zurückbringen? Ich bin noch hier, Feely. Ich bin noch hier, Feely. Was hat deinem Vater gemacht? Bevor er sein, Feely? Nichts, Feely. Ich bin noch hier, Feely. Wir können Ihnen etwas mehr geben. Mit diesem Ember, wir können Ihre ganze Worte geben. Ich bin noch hier, Feely. Du wirklich, Feely? Ich bin noch hier. Ich bin mit mir. zurück zum Whispermüll. Nein, Liana. Du... kannst... Entschuldigung, Feely. Bitte ruht euch weiter aus, Schwester. Offenbar wurde euch eine Art Schlaftrunk verabreicht. Liana hat mich betäubt und ich habe das Gefühl, als ob da noch jemand gewesen sei. Liana. Moment, die Glut. Wo ist die Glut? Es tut mir so leid, Schwester, als wir euch fanden. Nein. Hm. Schwester Ophelia? Hm. Sie erwähnte, dass sie zurückkehren wollte nach Laisemühl. Ich habe den englischen Namen schon wieder vergessen, der sich wesentlich besser angehört hat. Wenn ich mich erinnere... Laisemühl, ein Dorf im Flachland, wenn ich mich recht erinnere. Es ist nur ein Gerücht, Schwester. Aber es wird gemunkelt, dass viele in Laisemühl der Heiligen Flamme den Rücken gekehrt haben. Sie folgen einem Mann, der sich Heiland nennt. Was? Der Heiland, sagt ihr? Die Männer in der Höhle sprachen ehemals von einem Heiland. Hm. Angeblich verbreitet diese Vereinigung die Kunde, dass unsere Lehren nichts als Lügen seien. Vor nicht allzu langer Zeit suchte eine schreckliche Seuche das Dorf ein, misst ihr wissen. Viele fanden den Tod. Unser Glaube hat die geliebten Menschen nicht davon bewahrt. In ihrer Trauer suchen die Verbliebenen auf anderem Wege nach Antworten auf ihre Gebete. Ah. Ihr wollt dort hingehen, stimmt's? Nach Laisemühl. Ja. Ja, ich muss die Glut zurückholen. Sowohl die Glut als auch Liana. Liana. Hm. Ich mag den Namen irgendwie. Wie sehr habt ihr einen Entschluss gefasst. Ich werde euch nicht daran hindern. Aber bitte passt auf euch auf, Schwester. Diese Schurken haben weder vor Ent... Diese Schurken haben weder vor Entführungen noch vor Morddrohungen Halt gemacht. Kaum auszumalen, was sie euch antun könnten. Danke. Hab danke für eure Besorgnis, eure Exzellenz. Ich werde vorsichtig sein. Danke. Liana. Liana. Warum, Liana? Warum tust du denn so etwas? Warum wohl? Warum wohl? Weil ihr Papa nicht scheißegal ist, so wie du. Ne? Du hast... Ich hab doch schon die Celebration-Packung offen gesehen. Also gehört, dass er erst gestorben. Endlich kann ich das Zepter an mich greifen, ne? Das ist nämlich ihr Plan von Ophelia. Tut immer auf lieb. Aber dabei ist sie noch schlimmer als diese Gläubiger. Ich habe das erkannt. Und so verabschiedete sich Ophelia von Goldstade. Sie wird sich zurückholen, was ihr gestohlen wurde. Die heilige Glut und Lianas Herz. Leisemühl im flachen Land. Dort wird sie beides zurückfordern können. So geht Ophelias Reise weiter und führt sie auf überraschendem Wege. Oh. Ja, da haben wir doch Kapitel 3 von Ophelia geschafft. Oh. Oh, Liana, warum? Sie muss ihre Gründe gehabt haben. Was? Ihr denkt an das junge Mädchen, das die Glut gestohlen hat, nicht wahr? Glaubt ihr wirklich, dass sie so eine Tat allein hätte durchführen können? Nein, nein, das tue ich nicht. Sie wollte nur, dass Erzbischof ihr Vater stolz auf sie ist. Und doch hat sie die Glut gestohlen. Vielleicht wurde sie gezwungen. Ja. Zuerst müssen wir sie aufspüren und sie befragen. Dann werden wir vielleicht mehr über das, warum und weshalb erfahren. Was hat Liana zu dieser Tag getrieben? Wurde sie dazu gezwungen? Beantwortet diese Fragen, dann könnt ihr ihr vielleicht helfen. Ich werde alles tun, um euch zu unterstützen. Vielen Dank, Herr Olberic. Ich werde auf euer Angebot zurückkommen. Bist du doch die ganze Zeit. Ich helfe euch die ganze Zeit. So, äh, dir. So, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm. Die Folge war Spaß. Besonders, ähm, äh, ich muss gestehen, äh, das mit den Gläubigern ist jetzt keine, ähm, ja, keine neue Geschichte. Gibt's tausendmal. Ähm. Ähm. War dennoch erfrischender als die, ähm, ähm, gut, das habt ihr jetzt nicht gesehen, die Prime Rose und Sirion, äh, Saga, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber das Ende von, von Kapitel 3 hier hat mir sehr gefallen. Es hat nochmal ein bisschen einen anderen Wind, äh, gegeben. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie stark oder mächtig dieser Heiland ist. Und das gucken wir mal kurz. Ist bestimmt auch für 45, oder? Wo ist denn das Flachland? Flachland, da. Flachland? Hallo? Bele? Da oben. Alter, hab ich das schon aufgedeckt? Waren wir da schon auch Stufe 45? Kann ich mich dahin teleportieren? Ne, schade. Aber hier hin. Das ist sehr gut. Gut. Als nächstes kommt dann Kapitel 3 von Cyrus. Wie gesagt, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Bye, bye. Boi.